Wohin sie voraus! Hey, das ist unser Ziel! Stellen wir uns eins und zwei zu den Einagdpunkten! Lachen wir uns selbst ein! Alle Stationen und Schiffen dicht weiter! Verstanden! Alle vorbereiten! Bleibt doch entfangen! Wenn Valeria nicht lügt, gehen wir an Bord, sichern und wir schaffen die Rakete! Und wenn sie lügt? Gott hilft ihr! Gott hilft uns allen! Reich seid für alles! Fünkt auf alles ein! Farno, wir sind bereit! Verstanden! An die Arbeit! Eingang! Auf und auf sie! An alle Shadows, die Rakete ist auf dieser Plattform. Ich will eine vollständige Einsamkeit! Alles klar, drei Alcantara im Inneren! Gehen wir rein! So, nach rechts, alles sicher! Auf und auf! Auf und auf! Raum gesichert! Komme raus! Verstanden! Zelle 1 unterwegs zur süd-lästlichen Treppe! Dann flüchten die Rechte weiter! Alles klar! Der Hände kommt hier in der Ende hoch! Acht! Drei mal! Ich bin sicher! Drei mal! Drei mal! Drei mal! Dein Status. Gehen jetzt mit Shadow-3 an Bord des Schiffs. Roger. Gehen rein. An an Bordes! Die Lechnerl hatte geworfen! Ja, Bizes Capron es wissen, dass wir hier sind. Wir müssen uns beeilen. Alle Shadows ausschwärmen. Ich will den Container-Support überwacht haben. Die Weißpläte ist unterwegs. Wir müssen los. Shadow-1, Ghost. Reicht Signale von der Bohrinsel gedichtet. Wir sagen Startschuss-Auber. Ghost, wir digitalisieren dem Schiff. Wir werden die Rakete starten. Das ist die erste Schnur und wir haben noch Zeit. Alle Shadows, alle Shadows, Rakete in Höhe an die Fett. 2-1, wir greifen an! Gib uns Deckung! Nach Robins heen! Schau, rein! März auf! Bring ihn nach oben vor! Ich geh da hin perturb... .. coworker! Schaitanfall! Alles okay. Auf zum Helipass, Sergeant! So, schick die Treppe! Flaglier sie! Gut, genau! So, gehen wir da rauf und machen sie kalt! Startschütze, unten bleiben! Wir müssen ihre Flanke angreifen, Sergeant! Wir müssen sie wechseln! Geht mit Deckung! So, nehmt die Treppe und geh da rauf! Wir müssen ihre Flanke angreifen, Sergeant! Wir müssen die Flanke angreifen! Zeimer, gleich, wieder! Versuch! Ich gebe Deckung! Auf zum Helipass, Sergeant! Weitere Klänge! So, prin die Treppe! Flaglier sie! So, gehen wir da rauf und machen sie mit ein. Wir müssen ihre Flanke angreifen, Sergeant. Ein und umgelegt. Tobe, nehmt die Treppe und geht auch rauf. Scheiße, ja! Die Treppe fahren. Keine, kleinen! Keine, kleinen! Spannungsgeräusche Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Kommando, hier ist Shadow 1. Vorinsel gesichert. Rücken jetzt zum Container vor. Verstanden. Bestätigen, wenn das Ziel neutralisiert wurde. Wo ist die Steuerung? Auf dem verdammten Schiff. Kommando, es gibt ein Problem. Rakete ist scharf. Die Steuerung ist auf dem Schiff. Sie haben Ihre Befehle, Junge. Die Rakete darf nicht stoppen. Alejandro, Feuerschutz. Sogt mir nach. Wir gehen auf das Schiff. Was geht mit der Brücke? An alle Einheiten. Raketensteuerung wird sich das nicht wiederholen. Raketensteuerung auf der Brücke. Verstanden. Los, los, ausrücken. Los, hier ist Shadow 1. Wieder ein Wasser. Neon- und Sonderposition. Verstanden. Wir stehen unter Beschuss. Euer Empfang wird reisen. Verstanden. An Deck müssen wir zur Brücke. Schnell. Wir sichern die Steuerung und stoppen die Rakete. Klar? Wie kommen wir an Bord? Über die Rappe. Fällstangststrasen. Wir sind für uns ins Feuergefecht. Zeigertalung. Die Raketensteuerung ist auf der Brücke. Wir müssen uns ins Feuer verhindern. Alejandro, halte von der Bohrinsel aus Wache. Wir holen die Brücke auf. An Deck. Okay. Auf, auf! Die Kontrainer sind unsere einzige Deckung. Erlaubt, dass du nicht zerquetscht wirst. Wir sind in Bewegung. In Bewegung. Wir sind in Bewegung. Wir sind in Bewegung. Achtung auf die Kontrainer. Holger, ledig. Achtung auf die Ecken. Rutsche vor. Bring ihn nach oben vor. Rutsche vor. Rutsche vor. Fertig! Das war's für heute. Was ist denn los? Spannende Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.